Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Blaulichtmagazin. Aktuell dreht sich ja alles um die Waldbrandsituation und die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz und auch im südlichen Brandenburg. Aber auch in ganz Deutschland ist das Thema Waldbrand ja in aller Munde, auch die sonstigen Vegetationsbrände, Feldbrände und so weiter. Und da kam jetzt die große Diskussion, gerade in den sozialen Netzwerken auf, brauchen wir in Deutschland Löschflugzeuge? Hubschrauber sind ja bereits im Einsatz gewesen, auch in der Sächsischen Schweiz und in Brandenburg und sicherlich auch in anderen Bundesländern. Aber die Löschflugzeuge, die man jetzt auch in Tschechien gesehen hat, die haben dafür gesorgt, dass die Diskussion aufkam, ob wir denn in Deutschland auch so eine Fliegerstaffel oder ähnliches brauchen. In diesem Video wollen wir mal darauf eingehen, machen solche Löschflugzeuge Sinn? Kann man die überhaupt betanken in Deutschland? Gibt es die Möglichkeit, dass die Löschwasser aufnehmen können? Und ja, wie sollte man das Ganze dann letztendlich konkret einsetzen? Und da haben wir mit einem Fachmann gesprochen. Andreas Hanel ist Waldbrandexperte, kennt sich auf diesem Gebiet super aus und hat sich auch mit dem Thema Löschflugzeugen beschäftigt. Und jetzt haben wir mal die Frage gestellt hier, machen Löschflugzeuge in Deutschland überhaupt Sinn? Wenn, dann müssen wir erstmal grundsätzlich darüber diskutieren, wofür die Brandbekämpfung aus der Luft zuständig ist. Nämlich, sie ist eine unterstützende Maßnahme und im besten Falle sogar in der Anfangszeit. Also generell, wie gesagt, bei Waldbrennen ist ja das Ziel, das Feuer erst gar nicht groß werden zu lassen. Und in bekannter Spruch aus der Lausitz lautet dort, der Erschlag muss sitzen. Und so ist es hier auch mit der Luftunterstützung. Weil wenn das Feuer erst Fahrt aufgenommen hat und ich kriege die Luftunterstützung erst acht Stunden später, dann hat das Feuer seine Größe schon erreicht und dann wird es schwieriger. Dann stellt sich auch immer noch die Frage des Betankens. Wie können die Löschflugzeuge Wasser aufnehmen? Ist das in Deutschland überhaupt möglich? Haben wir überhaupt die Möglichkeiten, dass Löschflugzeuge, egal welchen Typs, auch betankt werden können? Wir haben schon die Möglichkeiten, Löschflugzeuge einzusetzen. Es gibt kleinere Maschinen, die wie die damaligen Agrarflieger auf dem Feld, auf dem Acker landen können. Oder aber auch kleinere Maschinen, wie jetzt die aus Schweden in der böhmischen Schweiz unterwegs sind. Die können zum Beispiel ihr Wasser ebenfalls auf dem Wasser auftanken, so wie die großen Kanadärs in Frankreich. Also es würde rein technisch schon funktionieren. Naja, die brauchen ja wie gesagt ihre gewisse Fläche an An- und Abflug und dann die gewisse Wasserfläche, wo sie das aufnehmen. Also man rechnet hier ungefähr mit einem Kilometer, mal gut gerechnet. Und natürlich der See muss die Wassertiefe zur Verfügung stellen und natürlich vorher abgesperrt worden sein. Trotz allem sind ja auch die Löschhubschrauber beliebt und machen ja auch super Sinn. Gerade in der Sektischen Schweiz haben wir gesehen, dass die ein super Hilfsmittel sind, um effektiv gegen Brände, gegen Waldbrände, Vegetationsbrände vorzugehen. Was ist denn aber letztendlich der Unterschied zwischen einem Löschhubschrauber und einem Löschflugzeug? Also die Hubschrauber sind ja vielfältig einsetzbar. Ich kann damit auch im Hochwassereinsatz Leute mit der Seilwinde zum Beispiel rausretten. Ich kann Gerätschaften hochfliegen. Ich habe aber mit dem Hubschrauber das Problem, dass ich nicht lange über heiße Sachen rüberfliegen kann, eben wegen der Thermik. Das kann ich mit dem Flugzeug wieder. Also es gibt verschiedene Vor- und Nachteile. Wir müssen aber am Ende feststellen, wir brauchen Technik, die uns am Anfang hilft. Egal welche, die muss am Anfang helfen, damit wir keine großen Feuer bekommen. Aktuell dauert es einfach viel zu lange. Egal warum, es dauert viel zu lange. Wir sehen also, Löschflugzeuge sind gar nicht so weit weg. Es ist auch in Deutschland denkbar, dass wir hier Löschflugzeuge irgendwann vielleicht im Einsatz haben. Jetzt geht es darum, dass die zuständigen Behörden erstmal die Zuständigkeiten klären und sich dann Gedanken machen, ob das wirklich bei uns Sinn macht, wie man das Ganze effektiv nutzen kann und wie diese Löschflugzeuge oder auch vielleicht mehr Hubschrauber wirklich zeitnah einsatzbereit sind. Dass man nicht fünf bis sechs Stunden warten muss, sondern wirklich im Erstschlag, in der Erstalarmierung die Löschflugzeuge mit drin hat, um die Waldbrände schon in der Ausbreitung sozusagen zu bekämpfen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Was denkt denn ihr? Würden Löschflugzeuge Sinn machen? Vielleicht auch in eurer Region? Könntet ihr euch vorstellen, dass man Löschflugzeuge in der Waldbrandbekämpfung schon von Beginn an mit integriert? Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.